Hey zusammen und sorry erstmal, dass ich mich ein bisschen später heute melde. Das Problem ist nur, ich hätte gerne auch heute das entsprechend in Anführungszeichen große Finale des Geschenkemarathons gemacht, aber aufgrund der Wetterlage hier, die Straßen sind ja echt der Wahnsinn, ist leider noch nicht rechtzeitig das gekommen, was kommen sollte. Also die letzten fehlenden Sachen, die ich ja euch noch mit zum Abstauben mit dazu packen wollte, deswegen, ja, dachte ich mir, verschieben wir das letzte Video noch um ein paar Tage, ja, melde mich dann im Adventskalender wieder, sobald es soweit ist und dann machen wir auch die Auslosung für die iTunes, für den iTunes-Gutschein-Gewinner bzw. Gewinnerin. Die Kommentare sind eh schon zu, also die bisherigen, die mitgemacht haben, die werden dann auch so bleiben, da erinnern wir jetzt einfach mal nichts dran und sobald ich dann in den nächsten Tagen wieder was zu berichten habe, werde ich mich auch sofort melden mit einem entsprechenden Video und dann euch alles nachschieben, so gut es geht. Tut mir leid, dass es so gekommen ist, aber ich kann es leider auch nicht ändern, deswegen, bevor es hier halbe Sachen gibt, machen wir lieber gar nichts, also sind wir da ganz oder gar nicht. Also wir sehen uns dann auf jeden Fall die nächsten Tage im Adventskalendertürchen mit dem finalen Geschenke-Marathon-Video. Bis dahin, bleibt auf jeden Fall gespannt, freut euch auch auf neue Videos zwischendurch noch und wir sehen uns, ciao! so